Hallo und herzlich willkommen hier zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute gibt es die nächste Folge von Let's Collect Matchtags 2021. Ich habe aus den letzten Folgen gelernt, wir sollten schon mindestens sechs Tütchen öffnen. Ich habe heute sieben am Start. Leute sieben Päckchen habe ich am Start. Bedeutet sieben mal fünf ist gleich 35 und mal gucken welche Spieler wir hier so bekommen. Welche Karten und ich hoffe natürlich auf keine Doppelten, weil das nervt schon, dass wir relativ viele doppelte Karten haben. Auch hier am Anfang der Serie. Das ist gut. RB Leipzig haben wir sowieso noch. Ich glaube nur Nkunku Starspieler ist drin. Willi Orban fehlt safe. Bastian Aczepka, Schalke 04. Niklas Füllkrug, Werder Bremen. Oh, die nächste Zweitligakarte. Fejic von Braunschweig und André Kramaric, Hoffenheims Starspieler. Das erste Pack sah gut aus. Gut im Sinne von fehlen mir alle noch. Das ist nämlich das wichtigste hier in der Serie. Emre Can, Ehrenbruder Emre Can vom BVB. Sollte ich auch noch nicht im Heft haben. Raphael Framberger. Marco Höger. Oh, Ziegele, der zweite Spieler von Braunschweig hier. Sehr geil. Und Yuya Osako. Ich weiß nicht, ob ihr euch an die erste Folge erinnern könnt. Yuya Osako hatte einen richtigen dicken Knick. Diese Karte werde ich jetzt austauschen, weil ich Yuya Osako jetzt doppelt habe. Das weiß ich. Alleine schon wegen dem Knick weiß ich das. Wegen dem Knicky. Leipzig Klubkarte. Andere Karte kann das nicht sein. Und Kevin Kampel auch am Start hier. Also Leipzig hat heute Bock. Leipzig hat Bock. Oliver Baumann, Hoffenheim. Alexander Hack von Mainz. Ruben Hennings, Fortuna Düsseldorf. Und RB Leipzig. Klubi, Klubi, Klubkarte. Pack Nummer 4. Bayern. Bayern ist immer gefährlich. Immer brandgefährlich. Mitchell Weiser. Leverkusen. Benito Rahman Schalke. Der nächste Augsburger. Ruben Vargas ist doppelt. Ruben Vargas ist doppelt. Ich sag's euch jetzt schon direkt. Die nächste Taktikkarte. Manager-Taktikkarte. Und Joshua Kimmich ist doppelt. Kann ich euch auch sagen. Joshua Kimmich ist doppelt. Mann! Nervt mich das. Nächste Speck. Nächste Speck. Was haben wir? Ben Sebaini von Gladdy Gladbach. Niklas Stark von den Berlinern. Rötz Dunali von Mainz. Der nächste Hamburger ist Tim Leibold. Und Sebastian Borneau von Köln. Starspieler-Karte. Zwei haben wir. Zwei haben wir. Und das ist Yannick Habera, Freiburg. Christian Gentner, Union. Jerome Gondelhoff, KSC. Und wieso sortiere ich denn hier nicht eigentlich? Bin ich lost? Ich war lost gerade, Jungs. Freiburg. Freiburg-Klubkarte. Und... Oh! Konrad Leimer. Matchminner von Leipzig. Also Leipzig hat heute wirklich absolut Bock. Leipzig hat Bock. Nächstes Speck. Nächstes Speck. Ich denke mal, ich mache morgen 8 direkt auf, Jungs. Lass uns immer so ein bisschen steigern. Karim Belarabi. Jetzt nicht jede Folge, aber... 8, glaube ich, ist noch geiler. Umso mehr, desto geiler. Ist klar. Frankfurt Kevin Trappi. Jonas Hector von Köln. Zimmermann. Düsseldorf. Und Dauerbrenner Fabian Kloß. Und das waren jetzt hier die 7 Päckchen. 35 Karten. Davon können wir 33 einsortieren. Eigentlich 3... Ne, 32 einsortieren. Aber eigentlich... Ne, eigentlich... Also wir sortieren 33 ein. Aber eigentlich 32. Weil wir Yuya Osaku nur austauschen. So, jetzt war es richtig formuliert. So, dann blättern wir mal auf. Ich habe alles sortiert. Taktik-Karte 1 kommt hier. Da steht ja wirklich eine Zahl, ne? Taktik-Karte 1, 2, 3, 4. Dann mache ich das so. Ich wollte hier oben den Ball haben. Meisterschale, Meisterschale, Logos und Taktik-Karte. Das ist unser Plan. Framberger hat die 15. 19, 18, 17, 16, 15. Der Frammi Framberger. Ja, also so langsam füllt sich doch das Heft. Also, macht ja auch keinen Sinn, ne? 35, 34, 33, 32, 31. Niklas Stark. Wir sind ja hier mittlerweile in der dritten Folge. Und sollte sich das Heft auch nicht füllen, dann würden wir ja irgendwas falsch machen. 0, 57. 56, 57. Das Heft wird einfach immer Lehrer pro Folge, kapi? Nicht Spaß. Yuya Osaku da als nächstes hier. Und ich kann es euch mal zeigen, der Unterschied von... Ja, dieser Osaku-Karte hier. Da ist schon eine dicke Delle drin. Eigentlich kann ich den direkt zerreißen. Zack. Weil diese Karte, keine Ahnung, was für ein Produktionsfehler das war. Aber die kann direkt hier... Die kann direkt in den Mülleimer. So eine Karte kommt hier mir nicht ins Haus. Mann! So. 93, 92. Niklas Füllkrug. Bam! Bremen auch mit 5 Karten. Bremen mit 5 Karten am Start. Dortmund. Kommt so langsam hinterher. 2. 100, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Emre. Ehrenbruder. Can. Frankfurt. Kevin Trappi. Heute Karte ist immer ganz easy. Freiburg. Logo. Und dann haben wir aber sogar noch 2. Ne, eine. Eine Freiburger. Jannik Haberer. 44, 45, 46, 47. Oben rechts. Jannik Habererchen. Dann haben wir Baumann. Kramaric. Auch Starspieler. Was hat er? 169. Direkt hier. Hinter diesen Matchwinner und so. Und dann Matchwinner und so. Jaworski. Oh, Köln. Köln sind 3 Spieler. Maschallah. Jonas Hector. 176. Direkt neben Schmitz. Höger. 184. Und Borno. 180. 78, 79, 80. Borno da. Und Höger. 81, 82, 83, 84. Höger da. Schön. That is nice. Leipzig hat heute eh auf den Tisch hier mit. 4 Karten. Logo. Bam. Mit der Matchwinner-Karte. Das ist die 200. Alter, das ist so schwer zu erkennen. 2, 6, 4, 5, 6. Zack. Dann haben wir Orban. 91, 92, 93, 94, 95. Orban hat sein Plätzchen. Oh, apropos Plätzchen. Ich hab Bock auf Plätzchen. 96, 97, 98, 99. Kevin Kampel. Moin, moin. Sag moin, moin, Kevin. Moin, moin, Digge. Moin, moin. Bellarabi und Weiser von den Leverkusener. Wo wir bis jetzt nur Florian Würz am Start haben. Mit der 218. 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Mitchell Weiser. 22, 19, 20, 21, 22. Karin Bellarabi. Das nimmt doch so langsam Gestalt an hier. Benz Waini. Oh ne, jetzt kommt erst Mainz. Habe ich das falsch datiert? Ja, ich hab's falsch datiert. Erst Mainz. 37, 39, 38, 37 und 28. 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28. 22, Alexander. Hack, hack, hack. Alexander, hack, hack, hack. So, jetzt haben wir aber Gladbach mit Benz Waini. Jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig. Und Gladbach sieht auch schon gut aus, ne? Mit drei, vier, fünf Karten. Solide. Bayern heute nix. Stuttgart nix. Und Schalke aber dafür. 282. Oh, Cipka. Und 90, 91, 92, 93, 94, 95. Benito. Rahmann. Stuttgart können wir überspringen. Weil jetzt kommen wir zur zweiten Liga. Und da haben wir heute ein paar. Sogar einige. Sehr, sehr viele. 341, 36, 97, 38, 39, 40, 41. Unten in der Mitte. Braunschweig. Und die andere kommt davor. Sehr gute. Düsseldorf. 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Dann haben wir 52. Tim Leibold. Und 63. Jerome Godendorf. 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63. KSC. Oben. Rechts. Dauerbrenner. Bielefeld. 3,91. Das ist auch übrigens die letzte Karte. 91, 93, 92, 91. Drei Dauerbrenner sind das jetzt im Heft. Niederlechner, Kloß und Philipp Kostic. Ja. Wolski. Leute, es wird schon schwieriger hier das Heft. Wird schon schwieriger. Schwerer, nicht schwieriger. Es wird schon schwerer. Das war es wieder komplett. Jungs, das war es hier für die heutige Folge von Let's Collect Matchtags 2021 Bundesliga. Ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Leute, tschüssi. Tschüssi. Musik Tschüssi. 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 Bis zum nächsten Mal.